Auffahrt zu Elisabeth Watt Überfahrt zum Hof am Plattenberg Morgen Abzweigung zum Kammweg Die Kindermountainbergstrecke Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rechtswälde 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 Der Weg am Berggrücken. Der Weg am Berggrücken. Abfahrt in den Zettelgraben. Vom Zettelgraben nach Scharnbichl. Abzweigung vom Zettelgraben. Abfahrt in den Zettelgraben. Fahrt zum Hörtlhof. Abzweigung in Schönbichl nach der Brücke über den Dobrabach. Abfahrt in den Zettelgraben. Abfahrt ins Dobratal. Bzwitski. VouletzOS. Bzwitski. Im Tal links abbiegen Abzweigung bei einem Materl und einem Haus zum Karrenweg nach Zinöd Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein schön verwachsener Hochstand In Kürnberg schräg links in die Nebenstraße abbiegen Und dann schräg über die Wiese zur nächsten Straße Und dann schräg über die Wiese zur nächsten Straße Start der Abfahrt ins Rammentag Es geht auf einer wunderschönen Fahrt durch den rustikalen Stelzergraben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und dann schräg über die Wiese zur nächsten Straße Untertitelung des ZDF, 2020 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 Start des Abhil ab Kuppelmühle Es geht nun über den ebenso rustikalen Panoramaweg hinauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Wiesentrail zum Steinleitenberg Zuerst zum Hof Kürnberg Nr. 155 abbiegen Und beim Hof links zum Wald hinunter abbiegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Bald dreht sich der Weg in den Wald. Untertitelung des ZDF, 2020 Hinauf und bei dem Markantenhaus vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020 Walschweg an den Hängen des ZDF, 2020 Walschweg an den Hängen des Steinleitenbergs. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Walschweg an den Hängen des ZDF, 2020 Walschi, 2021 Walschweg an den Hängen des ZDF, 2020 Kapelle Franzberg Erste Spitzabzweigung bei Rheintal Abfahrt zur Zaucher Abzweigung zum Mostarwegen Untertitelung des ZDF, 2020 Der mostheirige Dorferhof Rechts auf Karrenweg zur Baumgruppe oberhalb des Dorferhofs Nach der zweiten Rechtsabzweigung geht es wieder hinauf auf den Plattenberg mit der Warte auf den Plattenberg Vielen Dank.